Ich bin Stamatis Risto, ich bin 26 Jahre alt und ich bin halb griechisch und halb albanisch. Jetzt wohne ich in Ahlen und mache meine Abschlussarbeit bei Carl Zeiss in Oberkochen. Ich studiere Medizintechnik bei der Technischen Hochschule zu Lübeck. 2016 habe ich mit meinen Eltern über meine Zukunft gesprochen. Wir haben zusammen entschieden, dass ich das Risiko wagen soll und ins Ausland gehen soll. Ich habe meine beste Freundin Daphne um Hilfe gefragt. Ihre Familie und sie haben mir unglaublich viel geholfen. Alles lief nach Planen-Lübeck und ich habe mich dort wohl gefühlt. Aber dann die Masterarbeit. Was sollte ich machen? Ich habe mich überall in Deutschland beworben und das beste Angebot kam aus Oberkochen bei Ahlen. Ahlen? I never heard it before, right? So, jetzt lebe ich seit zwei Monaten hier in Ahlen. Ich habe schon Leute kennengelernt und ich schaue mir alles in Ahlen an. Neben meinem Büro hat Zeiss ein großes Museum. Das finde ich sehr spannend. Man sieht die Geschichte der ersten optischen Geräte bis heute. Ich möchte meine Karriere in Deutschland starten. So viele Möglichkeiten, Ideen, Innovationen und Wissen. Ich liebe es und ich will es. Gute Fachkräfte werden hier gebraucht und hier gibt es viele gute Unternehmen. Deutschland ist sehr international. Aber um hier zu arbeiten und zu leben, ist es wichtig Deutsch zu sprechen. Deutschland ist führend in meinem Studentfach Medizintechnik und studieren in Deutschland ist günstiger als in anderen Ländern. Also, ich freue mich und hoffe, dass ich Sie sehen Sie irgendwann in Deutschland. Mehr über mich findet ihr hier und über allen findet ihr hier.